Hallo und herzlich Willkommen zur gepflegten LEGO Unterhaltung. Hallo. Wir sind wie ihr seht bei LEGO DIVENSIONS. Heute das Themenpack Harry Potter. Schön, schön, schön. Ja, finde ich auch. Bei Harry Potter können wir uns ein bisschen was dazu sagen. Einiges, hallo. Einiges. Ach, die zwei Fimchen. Gibt es dafür zu beachten beim Aufbau. Weißt du, gerade die Figuren, wo man sich denken kann, wie es funktioniert? Sind die Schwersten. Ja, da gibt es vor allem... Naja, da ist die Schlange drauf, ne? Interessant. Ja, die gehört natürlich zu Lord Voldemort. Ja, und der Blitz gehört zu Harry. Harry und ich. Ich mache ihn mal so, dass er ein bisschen freundlich aussieht. Ja, man könnte ihn auch stinkig machen, aber das muss ja nicht sein. So. Wo ist seine Frisur? Das ist sein Zauberstab. Da ist seine Frisur. Oh, warte. So. Da kommt die Schlüssel und der Flangenkopf nach vorne. Mann, sind ja schon Profis. Schon zehnmal gemacht. Was? Sogar Quiflendor abträgen haben wir hier drauf. Ja. Mit der Flagge, ne? Ja. So muss das sein. Quiflendor ist sowieso das geilste aus. Das Auto. Mach das Auto. Mach das Auto. Mach das Auto. Machst du? Okay. Dann mache ich gleich das. Du darfst den Zug machen. Was gibt's denn dann noch? Steam Warrior? Das haben wir ja so zu sagen, die erfüllen nie was zu suchen haben. Nie was zu suchen haben. Richtig. Das sind dann erfundene Sachen. Sharp Submarine. Ne, genau. Großartig. Ja, man muss dann während des Spiels noch umbauen. Ja, vor allem umdenken. Und das auch noch. Was hat das bei Helden Konto zu suchen? Ja, gleich ist noch ein Dreiviertel, ne? War noch ja auch cool. Ne, das ist ein bisschen flacher. Was? Die Scheiben. Ah, da. Ach so, das Glas. Das Glas habe ich gesucht. Le Glas. Weiter. Was? Du bist auf Helden. Da fehlt er noch. Ja, hier. Hab ich auch schon hingelegt. Ach so. Mensch, 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 Mensch. Mensch. Manchmal seht ihr das nicht. Macht nichts. Siehst du das zweite Glas? Ja, hier. Ach so. Mach jetzt mal weiter, das verletze ich schon. Ich setze es nämlich nicht. Ähm, ja. Mach jetzt weiter. Äh, ja. Ja. Du kommst schon wieder nie weiter. Da ist es. Alles gut. Manchmal hat man ein Trepp vom Kopf. Ah, da ist es. Hat sich gut versteckt. Ja, gut. Das ist ja auch durchsichtig. Das ist schon mal schnell. Irgendwo. Ja, doch. Das ist richtig. Zweimal, ja. Genau. Ach so. Soll ich mitbauen? Ja, wenn du so nett bist. Ich guck mal. Guck mal. Klar komm ich. Lego ist so. Ja, Lego ist eigentlich nicht da ist, ne? Habe ich's hätten mit zu tun. In letzter Zeit. Oh Gott. Das fehlt schon wieder alles aus. So. Ja. Ich will schon die Reifen hin. Ah ja. Okay. Ist auch so ein extra Teil. Mhm. Produziert nur für Lego Dimensions. Wahrscheinlich schon. Natürlich. Deswegen müssen es eigentlich so limited edition sein, aber produziert ohne Ende was. Wahrscheinlich ganz viel produziert, ja. Ein blauer 2. Ist nicht da. Ach ja. Ist ja nicht schlimm. Kann man nachverstanden. Ja. Fällt der denn wirklich? Ein blauer 2. Hast du die Lampen hinten schon? Auch nicht. Mensch, 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 Mensch. Muss doch jetzt mal. Ja. Hast du schon mal ein Zweier verbraucht? Da sind zwei. Das sind auch zwei. Wie gesagt, kann ich gar nicht vorstellen. Das ist ja nicht schlimm. Das passiert. Ich glaube, man weiß ja nicht. Kann ja noch irgendwo dran drunter drauf liegen. Hä? Irgendwie ist das. Ah, warte. Das war mal mein Fehler. Ja. Da kommt ein flacher drauf. Da kommt ein flacher drauf. Da kommt ein flacher drauf. Ach so. Irgendwie. Hä? Wie war's? Tja, jetzt haben wir auf einmal ein Stück mehr. Wie mit der Schokolade. Ja. Oh, jetzt ist der Wurm drin. Da ist der Wurm. Da ist er noch. Ja, der noch dich. Extra. Ja, Lego liefert schnell. Ja. Glitz. Genau. Lego Prime Grunde bist du auch schon. Ja, genau. So. Jetzt geht das wieder. Ding, ding. Ja. Ding, ding. Ding, ding. Das war's so. Ach so. Das Podestzusammenbauen. Das sieht mir so nach Ende aus. Nein, da kommt noch ganz die. Nee, glaub ich aber nicht. Mal schauen mal an der Seite weiter genau so. Da kommen die Reifen dran. Ach, da kommen auch noch Scheiben. Beeiligt. Diese hier. Logisch. Wir kennen uns schon lange. Ich hab da auch nochmal irgendwas wert. Das Auto ist ja cool. Das ist ja. Rettet die ja vor den Spinnen. Ja, man weiß aber bei dem Auto nicht so gerecht. Das ist jetzt stinkig. Das war's, denke ich. Wenn das... Wenn das... Wenn das... Beide da... Reingeflogen wird. Mhm. Jetzt kommt die Karte rein. Mein Zug hat keiner. Echt nicht? Ja. Warum nicht? Weil's auf Schieben fährt. So. Ist das nicht schick? Ja, wie gesagt, dieses Kompakte für mich. Ja, Miniaturausgabe. Minipotter. Schöne Hogwarts Express. Mhm. Ist zur Zeit in Garage. Wettplan repariert. Das kann man noch draus machen. Ja. Ja, so wie ein... Steam Warrior. Ja, ne? Also... Hat so mit Harry Potter gar nichts mehr zu tun. Überhaupt nichts. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, Harry Potter hat immer genug. Wir nehmen uns was anders. Wer ist mit ein Steam Warrior? Gute Idee. Vielleicht gibt's irgendwelche Monster, die du mit Dampf besiegen kannst im Spiel. Mhm. Ah, doch. Andersrum. Das ist der gar nicht. Minio. Versus. 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 Steiner, ja. So, jetzt hat er. Jetzt hat er verloren. Ja, muss ja auch oft stehen laufen. Mhm. Wobei. Mich wundert es, dass er nicht fliegt. Ja, eigentlich schon. Aber es ist halt die englische Art. Ja. Das war doof. Ja, du hast das Problem wegzockt. Das ist mein Stolz. Ich mag das. Ich supporte das. Ja, ist dann ja gegönnt. Das ist mein... Ich supporte das. Machen wir mal ein Special draus. Liebeserklärung an... Oh Mann. Oh Mann. Ich hab ein Werkzeug. Ja. 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 Das nächste wäre. Kommt noch. Na ja, wird nicht, dass mich so draufkommt. Vermutlich. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber sieht nicht so aus. Ja, das ist schon Ja, in dem Sinne schon Das sieht so geil aus Das sieht so süß aus Bei der einen muss ich hier das Dreck drauf machen Ja, hab ich schon gesehen Sag ich ja Ja, komm nach vorne die Spitze Ja Und dann war's das auch schon Hammerteil Echt Ich sag ja, das lohnt sich schon Allein nur wegen der Optik Echt, ja Einmal Hallo sagen Hallo, ich bin dein Vater Sehr schön Ja Gut, stimmt Ja, das waren die Theme-Packs Erstmal Es gibt noch eins, aber das habe ich noch nicht Ach so Du meinst, es gibt noch eins, das du aber noch nicht hast Genau Ja, gut, das ist ja wie es ist Kommt noch In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal Das ist ja Wissen Ich habe noch eine Aufmerksamkeit Ich habe noch ein paar Mal Ich habe noch auf und Kommen Drei Ich habe da Drei 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 Vielen Dank.